Willkommen bei Lucky's Tattoo Shop in Grenchen, wo sich Lucky und Moni um deine Anliegen und Wünsche kümmern werden. Lucky ist seit 1980 professioneller Tätowierer, Gründungsmitglied des Verbandes Schweizerischer Berufstätowierer VST und gilt als einer der wenigen Master of Tattoo Art in der Schweiz. Seine Tätowierungen wurden schon mehrfach auf internationalen Konventionen ausgezeichnet. Die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden stehen bei Lucky an erster Stelle. Als Inhaber des Hygiene-Qualitäts-Labels, welches vom Bundesamt für Gesundheit empfohlen wird, achtet er natürlich strikt auf hygienische Arbeitsweise. Das Studio wird jährlich einer Hygienekontrolle unterzogen. Es werden ausschließlich Einwegmaterialien und Farben verwendet, welche den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Bei einem Beratungsgespräch werden deine Wünsche eingehend besprochen. Nachdem alle Details für dein Tattoo feststehen, erarbeitet Lucky einen Outline-Entwurf nach deinen Vorstellungen. Beim Vorlegen des Entwurfs werden Änderungswünsche oder Anpassungen umgehend ausgeführt. Erst wenn du als Kunde deine Zusage gibst, wird in dem nach schweizerischen Vorgaben für Labore eingerichteten Arbeitsraum dein Wunsch-Tattoo dann realisiert. Nach Fertigstellung wird dir die Pflege genau erklärt, damit die Heilphase deiner Tätowierung optimal abläuft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017